ja Durch doppeltes drücken von W Da müssen wir den ganzen Mist noch mal machen, ey Watt ne flitzpiepe Euer Drache regeneriert sich gerade und kann nicht gerufen werden, na klasse Hier hat man nochmal Drachen mit Ege Achso war das ja Wie ging das? Wie ging das denn? Dieser Mundo, alter Habe ich nen Drachen? Super, wir haben neun Drachen Mädchüss, beruhige dich doch Direkt hier wieder übel ab, ey Was für ein Typ, ey, ohne Mist Ich kann auch noch 500 gegen 5 gegen eingehen Jo, ich renne da nochmal rein Wird schon irgendwie gut gehen Na komm, ey Alter Schwede Ich bin schon wieder tot Wie soll ich das überlegen? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt in die nächste Stadt und gucken mal, ob wir irgendwo ne Ausrüstung bekommen und gucken mal, ob wir irgendwo ne Ausrüstung bekommen Da hat... Wir sind eindeutig zu schlecht ausgerüstet Warte, wir sind jetzt in Kapak Wir waren da Ja, das finde ich, es gibt keine Stadt in der Nähe Wir müssen da echt direkt nach Aboran Dann geht's halt direkt nach Aboran So meine Freunde, ihr werdet jetzt sehen, wie ich direkt nach Aboran mache Irgendwo auch nicht Ah, das ist gar nicht der Renndrache Moment Das ist der Renndrache Das ist der Renndrache Dann machen wir halt auch Aboran Gibt's hier schon Waffen? Ich glaub's ja weniger, aber ich guck mal nach Ich will neue Waffen haben Neue Waffen, neue Waffen, neue Waffen, neue Waffen Barol Hartfaust Barol Hartfaust Bestimmt ein Pornoname Oh mein Gott, manchmal Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Magalit Büffel Hier ist eine Festung, hier gibt's doch bestimmt Waffen Lebensmittel Lebensmittel Ich will gerne Lebensmittel, ich will Waffen kaufen Ich brauche neue Waffen Ich brauche neue Waffen, nicht mehr, nicht weniger Wir nehmen mal jetzt hier ein bisschen was voraus Gerade Und laufen und rennen schonmal durch diese Gegend Hier werden wir nämlich später noch hinkommen Nachdem wir die Quests unten in Kapak gemacht haben Denn die Gegend wird sich immer so schön bleiben Es gibt auch schlimme Gegenden hier in dem Spiel Alter Todesschwinge Achso, das ist ein Spieler Lalalala Oh So, wo wird die Straßenbauscheln? so den anderen haben wir nur noch den einstimmten die frage ist kommen wir den drüber habe keine angst ich weiß was ich tue ich weiß nicht warum aber es ist so die frage ist kommen wir hoch bezweifle ich will mich stark fragt mich nicht warum man durch da war laufen kann bei dem spiel ist es einfach mit einer frau die laba laba fall hoch warum nicht das ist frühsport für mich das mache ich immer so lebendige leifen leichen lockt hier schwebt einmal ich keinen flug tragen dabei das ist gerade unser kleines problem dies ist auch geil aus ich stehe aber mitten in einem vulkan drin warum nicht da wirkt es noch einmal so mächtig kann ich hier durchrennen ohne zu sterben ja ich kann sogar durch die magma wolken durchrennen ohne zu sterben und realistisch aber na gut die westung ist unten moment los rückendrache rennen hier geht es ein bisschen drunter und rüber bin ich aufs richtet ich bin hier falsch auch nie ich hasse diese map ich bin hier vollkommen falsch gelaufen wir hätten da hochgemust hier bleibt uns nicht anders übrig als zurückzulaufen können wir nicht machen wer sitzt denn da oben 1 oder 31 blumboo mehr schweinchen so sind wir hier in dem lager jetzt müssen wir noch da an den belagerungstürm hier vorbei ja diese viecher werden uns alle noch begegnen ich müsste sagen dass mir der landstreifen hier nicht so gefällt ich bin kein freund von diesem landstreifen deswegen hoffe ich dass wir die quest sehr schnell erledigen werden ah da ist die festung und ihr seht schon dass das hier eine belagerung von der festung darstellen soll hier haben wir ein transportzentrum das ist gut da kann man es noch einschreiben gleich aber ich möchte gerne erst einmal rüstungslogistik aus rüstungslogistik was haben die herren denn hier für uns jetzt erzähl mir nicht ihr habt nichts besseres äh dann werde ich aber böse gefahrenkampfschild ich blende mal mein zeug noch nebenbei mit ein gelehrten tuchrüstung die habe ich doch auch gelehrten stoffstiefel Eli das habe ich doch selber alles auch nö ... ... und der hat waffen expeditionszweihandschwert physischer schaden ist geringer als unsere magischer schaden ist größer okay und eine hohe kampf achte auch da ist der schaden auch gleich 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 grobe eisen vorschlaghammer hat auch und ein kupfergriff rapier hat er aber der ist einhändig okay ich liebe diese ich schaue ganz kurz wie sich das expeditionsschwerd macht nicht ausreichend lagerplatz wer hätte es sich gedacht was für ein exotischer leichter panzerhandschuh was für eine überraschung dass wir nicht genug zeug haben verkauft ihn einfach genau wie gehen so kann ich rumrennen als dame mit so einem schwert das gefällt mir doch ja na also jetzt wollen nur noch einen wunderschön weißen drachen und dann sehen wir einfach top aus top schnitt punkt registrieren bestätigen super und ich würde gerne nach kapak zurück während des zweiten drachenkriegs nutzte kronos und die schacks die kunst der alchemie um untote drachen zu erschaffen das kennen wir ja schon das kennen wir ja schon von früher noch so und da sind wir ausrüstungs verbesserung packen wir den spaß mehr rein dann probieren wir mal indem wir hier auf 10 hoch gehen und schauen dass da was entsteht was sollte man sonst machen ich versuche das mal zu maxen frank ja 3-4 timo feed nennt die community sich so 3-4 timo ist gefeedet ich glaube es auch ja 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 es ist alltag bei mir das ist gut erhöhter magischer schaden können wir auch mal hochpimpen so da mach ich jetzt aber kein großes heckmeck draus dann machen wir hier noch ein bisschen was hecke mecke hecke mecke und dann setzen wir hier nochmal hoch super dann gucken wir weiter hier Attributsfenster geht nur mit drachen entzügeln und diamanten na gut Attributsausch okay geht auch noch damit ich würde ja gerne mein schwert ich würde mein schwert ja gerne mit den ähm Dinger hier machen drachensplitter drachenenergie elementarschaden ähm 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 aus ach ähm ähm Ausrüstungsverbesserungen... Kann ich damit, wenn ich hier so ein Ding reinpacke und dann hier... Und Drakensplitter... Nee, geht auch nicht. Und Drakensplitter Entfernung... Moment... Hup... Bitte unten ein Ausrüstungsteil auswählen, von dem ein gesorgter Spitter entfernt werden soll. Ja, aber ich will... Ich will den Spaß doch gar nicht... Hey, ich darf das nicht... Können wir noch was machen nicht... Können wir noch was Neues machen... Hier könnte man... Oh... Naja, nichts besonderes... Auch hier... Wir haben ja Hackfleisch in so einem Spaß bestellt... Dann kann man bestimmt was kochen... Ich frage mich, wo wir die... Wie wir das gemacht haben, dass ich die Splitter auf das Schwert draufgepackt habe... Oder ob ich das überhaupt schon gemacht habe... Kein Problem für uns... Die Frage, sobald es den Sinn ergibt... Ich mach einfach mal das da... Weil es sehr gesund auch aussieht... Lalalalalalalalalalalalalalalala... 10% Kocherfahrung... Wieder 10% Kocherfahrung... Ja, das ist sehr geil... Das sind wir jetzt schon Level 17... Gleich sind wir Level 18... Und dann müssen wir mal gucken... Mal neue Rezepte rausfinden... Irgendwie noch... Und... Level 18... In der Kocherfahrung... Super geil... Okay... Wir lernen nicht mehr dazu... Aber ich mach das jetzt trotzdem... Aber ich mach das jetzt trotzdem... Level 18... Also ne... Uh... Jetzt können wir hier noch machen... Zweimal... Mit Andalusiten... Einmal... Gibt uns aber auch nichts dazu... Okay... Gut... Dann... Verziehe ich mich mal... Wo ging denn das... Ich will keinen Grobstoff herstellen... Ich will auch hier keinen Grobstoff herstellen... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dem ging... Aber na gut... Vielleicht beim Alchemiehändler... Ich kann dir nichts... Ja... Verkauf uns nur Tränke... Und schwatzt uns der ihm nicht zu... Das muss bei dem gehen... Wo soll das sonst gehen? Was war das nochmal? Splitter... Ausrüstungsverbesserung... Ähm... Attributstransfer... Attributstausch... Attributlöschung... Ähm... 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 Wir wollen physischen Schaden... Wir wollen physischen Schaden hier anstellen... Ähm... Ja... Möchte ich machen... So... Wir pippen uns hier mal mit physischen Schaden hoch... Und mit magischen Schaden... Und... Und... Dann nehmen wir noch... Natürliche Abwehr... Natürliche Abwehr... Ich weiß nicht ob es einen Sinn ergibt worauf was angewendet ist... So... Supergut... Dann haben wir das jetzt gemacht... Kostet uns was oder wie? Diamanten oder wie? Habe ich das jetzt gemacht oder kostet das Diamanten? Guck mal mal kurz kurz gucken... Einfach bei... Charakter... Ja, haben wir gemacht... Wir machen 100 Damage mehr... Gefällt mir auf jeden Fall... Sehr geil... So... Da haben wir jetzt für unsere Narymeer ein cooles... Äh... Schwertchen... Hab ich mich mal... Kann ich mich mit X etwa hinsetzen mit ihr? Mit X kann ich mich wie so eine Nutte an den Straßen heransetzen... Na super... Yay... Nein... Natürlich nicht wie eine Nutte... Natürlich nicht... Jetzt setzen wir uns hier in das Blumenmeer rein... Und dann sage ich... Bis zum nächsten Mal liebe Zuschauerschaft... Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder was auch immer wenn ihr das guckt... Ja... Ich... äh... Ich... äh... Ich... äh... Ich sitze im Blumenmeer und freue mich... Tschüss... Bis zum nächsten Mal... Bis zum nächsten Mal...